Einen wunderschönen Namen wünsche ich euch, mein Name ist Ogrutz und ihr seht XCOM 2, diesmal komplett im Startbildschirm, weil ich dieses Bild so noch nie hatte und euch teilhaben lassen wollte. Zum einen sehen wir hier, ja, Anna von hinten und dann sowas ähnliches wie diesen Pulsgenerator mit einer riesigen Autobatterie, der uns bzw. die Avenger vom Himmel geholt hat. So, aber jetzt laden wir natürlich einfach mal weiter. Kampagne Nummer 6, mein Legendary Iron Man. Das andere Iron Man darunter ist von der Challenge, die ich aber nicht zu Ende geführt habe, weil mittendrin das Add-on kam und mich das ein bisschen rausgeworfen hat. So, wir hoffen, dass er diesmal ein bisschen schneller lädt als sonst. Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Und dann ist mir aufgefallen, als ich so für mich beschlossen habe, dass wir die Hacking-Computer-Mission machen als nächstes, dass in der letzten Mission unsere Spezialistin ja ein wenig Dresche bezogen hat und von daher überhaupt nicht bereit ist. Und die neue Spezialistin auch noch überhaupt nicht einsatzbereit ist, denn die hängt da noch irgendwo in der Kammer und lässt sich ausbilden. Das heißt, wir werden eine Mission spielen müssen ohne Spezialistin. Das heißt, ohne Heel und ohne Hacken. Und da Guerilla-Missionen ja generell immer auf Zeit sind und wir letztes Mal schon gemerkt haben, wie toll das ist, eine Workstation zu hacken, wenn man zu Fuß hinlaufen muss, werden wir uns wahrscheinlich umentscheiden müssen. So, GG ist in elf Tagen wieder da und Anna braucht noch sieben. Die Ausbildung dauert auch noch vier. Also wird diese Mission wahrscheinlich recht ungemütlich, weil wir so einen Quatsch machen müssen wie Beschütze der Grät. Hm. Hat Vor- und Nachteile. So, erlange den Gegenstand aus der Advent-Einrichtung. 80 Infos und das verdeckte Ereignis bei 13 Gegnern. Hier haben wir nur elf und wir müssen die Workstation hacken. Zwei Blöcke im Fortschrittsbalken. Und hier wird eine sehr schwere Beschütze der Grät. Tja. Auf der anderen Seite ist es die leichteste Mission und die mit dem höchsten Nutzen, denn wenn wir die nicht schaffen, dann landen wir sofort wieder im Countdown. Auf der anderen Seite ist die Belohnung kacke, denn was wollen wir mit einem Ingenieur? Können wir mit tapezieren mit den Kollegen. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, ähm, ja, zwei Blöcke und der niedrigste Schwierigkeitsgrad hat mich jetzt gerade minimal überzeugt. Die westliche USA. Ähm. So, Xarexis nimmt wieder die Munition. Venom ist am Start, Titan ist am Start, Twist am Start und Phillip auch. Versegeln, zweiten Scharfschützen sehe ich jetzt nicht so. Ähm. Dann fast lieber einen zweiten Ranger, damit wir uns quasi verstohlen bis ranschleichen können. Ich glaube, Phantom waren sie beide. Können wir die Einstellung auch so lassen. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, dass wir unseren Geschwindigkeitsboost maximal ausnutzen. Sprich, die vollen drei Bonusfelder in den ersten Runden auskosten. Durchziehen. Eine unserer Kontakte berichtet, dass Advent-Einheiten von einem der Züge in dieser Region aus das Gebiet überwacht haben. Das Fernzugriff-Terminal, mit dem sie auf ihren Netzwerk zugreifen, ist gerade ungeschützt. Hier geht es um Daten, die für das jüngste Alien-Projekt entscheidend sind. Also gehen wir rein, um den Zugangspunkt zu sehen. So, Workstation-Hacken. Hier schwarnt Schreckliches. Wahrscheinlich wieder in einem mit TNT gespickten Wagen versteckt das Ding. Und in dem Moment wie beim letzten Mal, wo wir es böse angucken, geht es einfach in die Luft. So. So, da landen wir alle am Boden. Okay, da können wir uns wenigstens in ein Loch reinsprengen. So, hier ist... Wow, hier geht es ewig weiter. Hier ist relativ Schicht. Und da geht es ewig weiter. Wir sind also genau in der Mitte der Map. In the middle of the map. So, wir werden die linke Route nehmen müssen, denn wir haben nur acht Runden Zeit. Das ist quasi nichts. Und... Stream Master scoutet mal los. Noch sehen wir nichts. Geht Chloe mal hier rüber. Auch noch nichts. Venom. Trauen wir uns bis dahin. Das ist da so ein Radarturm. Nicht wahr, dass wir dem direkt reinrennen. Hier ist eine halbe Deckung immerhin. Ich muss es kümmern. Da drüben sehen wir auch nichts. Mal gucken. Da oben, das Dach ist gar nicht so unsympathisch. Wo ist der Aufstieg? Die Regenrinne ist da drüben. Dann setzen wir mal da komplett rüber. Wie gesagt, wir müssen richtig Dampf geben, deswegen Fullspeed ab da durch. Skill Master springt hier nochmal ganz kurz um die Ecke. Ein bisschen mehr von der Karte abdecken. So, Titan geht auch noch ein bisschen nach vorne. Und Twist. Schnappt sich dieses bröckelige Steinchen als Deckung. So, da sind wir wieder. Skill Master. Da sind blöde Zivilisten. Dann gehen wir hier ganz kurz mal gucken. Und noch sehen wir nichts. Aber das Ding steht direkt davor. Da können wir wahrscheinlich nicht weiter. So. Der gute alte Venom. Jetzt muss man ein bisschen Speed rausnehmen aus der Geschichte. Wir gehen hier ein Stückchen. Da sehen wir nichts. Dann trauen wir uns noch hier rüber. So, der Sektopod. So, da hinten sehen wir es schon. Das heißt, zeitmäßig wird es nicht das Problem, da hinzukommen, sondern wahrscheinlich ein bisschen eher da ranzukommen. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. So, Xyx, es geht mal aufs Dach. Sieht von da aus auch noch nichts. Und guckt dann nochmal hinter den Schornstein. Auch da sehen wir noch nichts. Das ist recht erfolgversprechend. Und Skillmaster joint mal wieder den Rest des Teams. So, Titan geht erst mal hier rüber. Und noch ein Stückchen weiter. Und ich glaube, Twist halten wir jetzt noch ein bisschen zurück. Denn wenn wir da um die Ecke gucken, könnte es gut sein, dass wir etwas entdecken, was sich jetzt gerade dahinter verbirgt. So. Jetzt wird spannend. Runde drei. Venom. Einmal vorsichtig hier rüber. Sehen wir noch nichts und leider kommen wir jetzt nicht weit genug. Muss wir anders weiter scouten. Guck, Cassidy mal um die Ecke. Noch nichts sichtbar. Dann geht der letzte Schritt hier rüber. Jetzt sehen wir ein Türmchen. So, elf Gegner. Der Turm ist also die Nummer zwölf. Entstanden. Ich gehe. Begebe mich zum Ziel. Jetzt geht der Skillmaster wieder eine Etage runter. Oder da hinten ist was hinter dem Zug. Begebe mich zum Ziel. So, bleiben wir mal in verborgenem Feuerschutz. Mit Venom geht noch ein paar Felder. Skillmaster geht noch hier rum. So, jetzt haben wir gleich fünf Runden. Für einen schnellen Überfall. Und zwar hier hinten, die Ecke interessiert uns noch ziemlich. Okay. Da sehen wir, hier hinten ist irgendwas. Aber es ist einfach nur wieder dieser Turm vermutlich. Da sind wir flankiert. Werden also wahrscheinlich gesehen. So, Ziel haben wir entdeckt. Puh. Ja. Wie machen wir das jetzt noch am geschicktesten? Das ist affirmativ. So, packen wir uns da mal rein. Oh, da haben wir eine Gruppe mit Muton und Andromedon. Das heißt, wir haben drei Gegner. Müssten hier ein Loch reinmachen, um in einer Runde dran zu kommen. Dann sollte es aber theoretisch gehen. Das würde mit einem Pistolenschutz gehen. Das halten wir uns mal für nächste Runde offen, die Option. Die Kanzlei gibt es aber nicht. Und dann ist der Fall noch da. Auf und andere Seite. Dann ist die Vigilanz. Es ist auf der Spanne. Und die Füge sprichet. Und jetzt dort. Und die Füge auf der Spanne. Und ich bin schon da. Und wenn du das nicht bist, kannst du das mich einfach flerenآ Мы tun. Okay, ich bin schon da. Okay, ich bin schon da. Okay. Und wir sind schon da. Bist du da. Kommt auf jeden Fall auch mal dazu. Hm. Da oben am Dach? Da oben am Dach wäre nicht so gut. Oha. Zwei, vier, sechs. Damit würden wir alle auf einmal pullen. Ähm, ja. Was soll das? Wir haben vier Runden. Die einzige Eingangstür ist definitiv sehr, sehr verstopft. Hm. So, die Frage ist, wer die sieht. Wenn das er hier ist, dann sehen die uns ja eigentlich nicht, ne? Das würde heißen. Im Prinzip müssten wir die jetzt so pullen, dass wir eine Ausrede haben. Und zwar eine gute, ihnen ein Loch reinzubrennen. So, wenn also Titan Soweit gar nicht kommt Müsste auf den Platz von Venom So, Venom ist weg. Ist fast wie Schach hier. Unglaublich. So, Titan Kommt dann ein bisschen näher ran. Hat von hier zwar nichts im Blick Aber kann da mal reinbraten Und nach Möglichkeit so viel Deckung wegnehmen Dass sie an eine Stelle müssen, wo wir Schade Eigentlich sollte die Karre noch nicht mit explodieren Ah, den Andromedon kriegen wir vielleicht So wie wir ihn haben möchten Okay Ähm So, Cassidy Zuletzt Skillmaster Jetzt noch nicht Asset auch noch nicht So, Twist Wie weit kannst du jetzt schon ballern? Noch nicht weit genug Musst also Tja Ist die Frage Trauen wir uns da hin? Müssen wir wohl Turm haben wir da glaube ich nicht im Blick Oh fuck Fuck, fuck, fuck Ich glaube damit decke ich alle anderen auf Ja So viel zu dem Plan Äh, ja Damit haben wir alle elf Die auf der Map sind gleichzeitig So in etwa zumindest Auf jeden Fall können wir das reinschleichen Jetzt haben wir jetzt ein ganz klein bisschen vergessen Ähm Puh Jetzt können wir halt zwei Andromedons Codex Das ist Sehr, sehr, sehr unschaffbar Ob mit oder ohne Loch in der Wand Ob mit oder ohne Loch in der Wand Hier Versuchen wir mal Ob wir den Sektor-Port rausnehmen können So, wir haben ihn gut angeschreddert Aber das Leben sieht noch mehr als üppig aus Das hat euch ja ein ganz klein wenig verschwendet Wenn wir den jetzt in Stase setzen Nehmen wir den mal Mein Geist ist mein Schild Denn der ist noch voll Als zweite Option Setzen wir ein Imitationsgerät So, hier machen wir blitzschnelle Hände Auf den Turm Sechs Schaden Ein Pistolenschuss Minimaler Schaden Nochmal sieben Schaden Und die letzte Aktion Ups, na Was geht mit dir? Du sollst das Ding werfen Scrollt das mal so weg So, hier hin So, Skillmaster Und Acid So, Acid muss sich aufdecken Ja, ich habe ihn schon bewegt Auch ich bin so eine Torfnase Das wäre das dritte Imitationsgerät gewesen Jetzt haben wir nur noch Johnny Dark Und der wird entdeckt Sobald hier noch ein Feld Erkundet wird Ich glaube, dann decken wir uns auch auf Und Wir nehmen zumindest mit der Granate mal den Turm raus Denn der fällt dann runter Und sollte damit aus dem Weg sein So Naja Minimalismus Das geht in die Hose Schön alle auf einem Knubbeln Ah, okay Er macht seine Special nicht Oh, vier Punkte Das ist ja richtig glücklich Noch ein Dings Kritisch für sechs Das ist auch noch okay Er rennt mal ein bisschen durch die Gegend Und wird ihn jetzt wegbeamen Kritisch für 15 Wow Jetzt rennt er noch ein bisschen rum Und macht wahrscheinlich dieses Lasergespülkes wieder Seitdem wir nicht genau wissen, was es ist So Sechs Schaden Perfekt gelaufen So Das heißt Ein Mewton Und der Andromedon Geben uns jetzt noch Richtig zu denken Nahkampfangriff Hoffentlich Daneben Wow Glück gehabt Aber jetzt haben wir noch keine Deckung mehr Jetzt kann der Mewton Allerdings noch ein bisschen Ärger machen Versucht allerdings auch einen Nahkampfangriff Ich hab mich getroffen Sechs Schaden Das ist Okay So Stasis ist weg Jetzt wird's ein bisschen haariger Das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt Wir haben keine Zeit mehr Sie müssen zu diesem Terminal Ja Ja, I know Ja, Xarex Das hat keine große Wahl Er muss Das Problem ist Die meisten Er hat hier nur zwei wirklich im Sichtfeld Ist die Frage Ob es nicht fast pfiffiger wäre Hier hin zu kommen Weil er dann wenigstens da hinten Die auch noch alle sieht Verzichten auf einen Pistolenschuss Haben dafür aber ein paar mehr Treffer In anderen Richtungen So Kessi Die muss auf jeden Fall gucken Dass er Land gewinnt Besten irgendeine Deckung suchen Aber es gibt eigentlich ja keine mehr So Skillmaster Titan Wir dürfen auch nicht zu sehr knubbeln Wir müssen schon zumindest so tun Als wollten wir uns verteilen Titan geht einfach mal hier hin So Cassidy habe ich jetzt da noch nicht gezogen Acid Wenn du so sagst Ja, stell dich hier einfach mal hinten Ich würde jetzt hier versuchen Noch ein bisschen abzulenken Wenigstens Pistole wäre auf den Oder auf ihn Mehr ist es nicht Das heißt Wir haben entweder die Wahl Zwischen drei Schüssen Oder zwischen fünf Schüssen Das Problem ist halt auch Der Schuss auf die Kodexe Kodizes Wie auch immer Wird schon nichts passieren Wird schon nichts passieren Ist relativ So Ein leeren Spalt Mal auf die drei Der Riss setzt dich frei Wird dann an dieselbe Stelle Noch eine Granate setzen So Bitte jetzt einmal treffen Unter Gedankenkontrolle Das ist natürlich nice Allerdings klont sich der Post Irgendwo nach da hinten Sein Sektopod Der muss weg Da hilft nichts Das muss Twist glaube ich machen Oder Skillmaster Wobei Skillmaster Probiert glaube ich Hier sein Glück Das ist sowas ähnliches Wie eine schwache Deckung Er hat die Krallengeschosse drin Und müsste Theoretisch dazu in der Lage sein Den mit einem Crit Von 90% Weg zu hupen Okay der ist weg X-Ray neutralized X-Ray neutralized So die kriegen wir beide drunter Aber nicht zu dritt Die Frage was ist gefährlicher Ich glaube beide von denen weg Wäre zu bevorzugen Okay aber nicht wenn wir dann selber Im Radius drin stehen Kurz gucken Wir treffen auf jeden Fall Die Karre mit Das heißt wir müssen Um anders hin Nur wo Das ist zumindest Eine halbe Deckung In die Richtung So Sprengen wir die beiden hier Jetzt hätte es doch geklappt Oh ne Egal So machen wir das 6 bis 7 Müssten beide tot sein So Zählt natürlich nur als einer Aber besser als nix So jetzt haben wir noch Twist Und Xarexes Das würde bis auf 4 reichen Das würde vermutlich nicht reichen Wo geht Twist Wo geht Twist denn hin Nicht hinter ein Auto So viele sind sicher Ähm Vielleicht hier in die Pseudo volle Deckung Denn die wird ja zu einer Vollen Deckung Sollte das Ding sterben Davon gehen wir jetzt Einfach mal schwer aus Dass es das tut 100% So Zwei geschreddert Sieben Schaden Jetzt müssen wir gucken Ein Pistolenschuss Kann das Ding töten Muss es aber nicht Sehe ich korrekt Ist ein bisschen klein Alles Aber ich würde sagen Ja Distanzschutz Würde es auch ganz sicher Töten Aber da sehe ich jetzt Nicht ein Die Munition zu verschwenden Wir schießen einmal Mit der Pistole drauf Sollte das nämlich schon Der tödliche Treffer werden Dann können wir uns Noch bewegen Beziehungsweise In den Pistolen Feuerschutz gehen Nicht dass ich glaube Dass er ausgelöst wird So ich hoffe mal Dass der Motone Die Agro zieht Wenn er schon da Direkt vor der Nase steht Da haben wir nämlich Quasi wieder Zwei Imitationsgeräte So der rennt da Ein bisschen rum Und feuert Neun Punkte Schaden Damit können wir leben Am besten jetzt Ja Meinetwegen auch du Ist mir egal Zack Hauptsache schön In Granatenreichweite So das heißt Wir haben noch Zwei Gegner Die uns jetzt Ärger machen können Der rennt da rüber Und schießt Auf den Motonen Trifft aber nicht Das könnte noch Richtig richtig Knapp Und gar nicht so Schlecht werden Und er trifft Auch nicht Das ist natürlich Jetzt einfach mal Die blanke Lackerhölle Da kenne ich schon einen Der sich in den Kommentaren Wieder ganz bitterlich Beschweren wird Ja Hallo Philipp So wir scrollen Jetzt erstmal Zu den Motonen durch Denn soweit ich weiß Haben die eine Granate Und die würde ich Ihnen dann gerne Aus den Rümen leiern Bevor Bevor sie auf uns geht Die Frage ist jetzt Was das Wichtigere ist Ich würde sagen Wir machen das so Und bleiben da Auf den Holland stehen Eine zerschreddert So eine schwächliche Granate Muss ich sagen So dadurch müsste Xarexes die aber Sehen können Geht so Na egal Machen wir erstmal Die anderen weiter So Philipp hat Seelenfeuer Reicht das Für ihn hier Zwei Vier Sechs Sieben Könnte Muss aber nicht Das ist mir ein bisschen Zu riskant Ähm Ähm Hundert, hundert, hundert. Ich finde, wir sollten zumindest einen der Andromedons aus dem Spiel nehmen. Auf der anderen Seite ist... So, hier ist eine halbe Deckung. Zumindest dem gegenüber. Hier kommen wir überall nur außen lang. Da sind wir ziemlich offen. Ich würde einfach sagen, wir gehen da mal in die halbe Deckung. Zumindest den beiden gegenüber. Und machen dann jetzt hier noch... ...ein kleines Feuerwerk. So am besten, dass da noch ein bisschen was von der Deckung mit drauf geht. Ein Petit Surprise. So, den einen haben wir kaputt. Den anderen gut angeschreddert. Immer noch nichts in... ...Nahkampfreichweite. So, wir müssen hier aber auf jeden Fall hacken. Keep an eye out while I work. 4% Why not? War nichts zu erwarten, aber die neuen... ...genauso wenig. So, we are in. Männers 1-5. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. So, ich würde fast sagen... ...hier wäre Sturm und Schuss gar nicht so schlecht. Einfach um in eine halbwegs brauchbare Position zu kommen. Nämlich hier in eine volle Deckung. Und was ist da? 79% Crit. Da geht was. Kritisch für 13. Sehr, sehr nice. Damit hat er nur noch drei Leben. So, damit kann Cassidy da hinten in die volle Deckung wechseln. Was ist da drüben? Und mit dem Seelenfeuer den... ...Andromedon rausnehmen. Zumindest die... ...sterbliche Hülle. Genau so. Ich sage, er existiert den immer noch nicht. Wo muss denn der hin, um den zu sehen? Da sehen wir ihn auch nicht. Da sehen wir ihn. Sehen wir den da hinten denn dann auch? Würden wir sehen. Hm. 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 So, Twist ist aber auch noch da. Und ich glaube, Twist muss jetzt hier mal... Was muss er denn hier mal... Eigentlich wollte ich sagen, Cassidy abdecken. Aber das ist gar nicht so leicht. Denn wenn er sich hier neben stellt und der wirft die Säuregranate, dann passiert nichts Schöneres, als dass beide tot sind. Das bringt ja nur auch nichts. Fünf ist wenig. Können wir auch da oben hoch. Ja, aber den Riesensinn sehe ich nicht. Eigentlich kann man auch genauso gut da stehen bleiben, wo wir gerade stehen. Den kriegen wir nicht weit genug vorbereitet. Den aber glaube ich auch nicht. Na komm, Xaixis muss es einfach wagen jetzt. Muss einmal hier runter. Genug erwartet. 184. Nehmen wir beide. Auch wenn er dem Hinteren nicht viel Schaden macht. Vielleicht zieht er ein bisschen Aufmerksamkeit. So, Twist geht hier rüber und rein in die halbe Deckung. Ähm, ne. Auf den genau. Sieben Punkte Schaden. Und Skill Master. Versuch den Kill. 97. Und noch eine Dummy-Attrappe. Gedankenkontrolle verloren. Das ist nicht gut. Einmal geflankt. Aber er schießt auf Twist für sechs. Okay. Sieben lagern ihren Angriff. Er geht auf KC-D. Ah, wir wurden schwer getroffen. Verblutet. Eine Runde nur übernommen. Eine Runde nur übernommen. Eine Runde nur übernommen. Die Runde muss auf den Gegenstand so Dit. Aber kein Aufmerksamkeit. Und dann muss ich rauskommen. Und dann müssen wir aufhören. Und dann können wir die Runde wegschossen. So, mit ein bisschen Glück Ne, wir kryppen nicht Aber wir machen Schaden Ah, Skillmaster muss hier den Motoren erstmal ausschalten Zwei Gegner sind besser als drei Ich glaube, das wird okay 85% Und aus dem Leben gekegelt So, Xarexes hat leider noch nicht wieder die Lightning Hands Aber zwei Pistolenschüsse sind ja auch schon mal was wert So, offener Schlagabtausch hier Zwischen Chloe und dem Elite-Soldat Und er versucht im Nahkampf gegen Skillmaster Sieben Punkte Schaden Nehmen wir mal mit, was noch da ist Ja, hilft alles nix Wir verlieren zwei unserer Besten Erneut Kann man nicht schönreden Egal wie man es nimmt Ich glaube, das wird okay So, wir wissen, dass die anderen da hinter der Lok sind Vier Punkte Schaden immerhin Dreier-Trupp Das Problem ist, dass Chloe sehr weit weg ist Und keine Granaten mehr hat So, nächste Runde wird er sterben Das heißt, wir müssen jetzt hier Im Prinzip sehr riskant spielen Nicht, dass wir Nachladen müssen wir auf jeden Fall So, Titan muss sprinten Und überhaupt was damit zu tun haben Zu wollen So, Xarexis Die blitzschnellen Hände wieder frei Fünf Schaden Panzerung getroffen Nochmal fünf Schaden Leider reichen selbst drei von diesen richtig guten Treffern nicht Sechs Schaden Jetzt wird es allerdings knäpplich Rüstung hält Stand Und jetzt hat Assets theoretisch in der Hand Er könnte das Ding jetzt rocken 66% Sagen wir alle, bitte, bitte Okay, der Mech ist weg Verkästet ihr wahrscheinlich zu spät Uns fehlt jetzt genau eine Runde Wahrscheinlich, um die da zu zerlegen Er wird ein Schild geben Und der andere wird Hoffentlich nicht allzu schlimmen Havoc machen können Stellt sich direkt daneben Und trifft nicht Jetzt hoffen wir auf keine Panik Ist Cassidy jetzt schon tot? Ich sehe keinen verblutet mehr Halbe Deckung Sehen wir irgendwas Ja Wir haben einen Schaft, ne? Wenn wir also nicht treffen Machen wir wenigstens einen Punkt vom Schildchen weg Nee, machen wir nicht Warum nicht? Ist ja fies Ähm Sehen wir hier was Ist eigentlich egal Wir müssen es sowieso tun Ne, wir sehen nichts Sehr gut abgeschirmt da hinten So, volle Deckung da drüben Und wir flankieren die Luzi Oder den Luzi So, die Sache ist Den Schildträger kriegen wir gut angeknabbert Aber den können wir mit dem Crit sogar töten Probieren wir es lieber auf den anderen Und wir haben ihn auch zerlegt Ich habe ihn, richtig? 81% 90% Probieren wir 3 Damage, 4 Rüstung Ziel getroffen Minimaler Schaden Sehr netter Treffer Okay, da brennt eine Karre Obwohl die Naja, wobei Vielleicht hat sie eben auch schon gebrannt Wer weiß das schon So, das Gehmeister schnell weg da Hat auch die Beförderung schon In den Backen Einmal nachladen Titan hat es eigentlich verdient Soll sie ihre 66% Chance kriegen Ja Ihr seht mir gerade extremst beim Failen zu Zwei Tote Und Ich weiß nicht, ob wir das Noch kompensiert kriegen Jonas verloren Twist verloren Twist war schon Ein ganz krass festes Standbein Zumal er die ganzen Tune-Ups in sich drin hatte Also die Die Zielen-App Und alles mögliche So einen sicheren Schadenslieferanten Kriegen wir so schnell nicht Wieder am Start Und So negativ Die Einstellung von Cassidy auch war Sein Todeswunsch Wurde ihm viel zu früh erfüllt Wollte bei der Endmission sterben Aber gut Das hätte in dieser Mission auch tatsächlich nicht schlechter laufen können Der eine Move mit Twist Um den perfekten Pull zu machen Hat uns das Spiel richtig böse verhagelt Weil wir alle auf einmal hatten Und es lange sah es sogar noch aus Als wären wir damit durchgekommen Aber sind wir nicht Und diese Lücke müssen wir jetzt irgendwie füllen Jetzt gefallen ohne Bild Ah, da sind die Bilder Ja, krasse Sache Dark Skillmaster bekommt eine Beförderung Und kriegt jetzt Verbergen Ein relativ schwacher Trost für 49 Kills An Wert So wie hier Einen unserer Leitwölfe Ganz, ganz übel Ich würde fast behaupten Das war die Schlechteste Mission Die ihr bisher gucken musstet Aber natürlich auch mit Eine der spannendsten So Und jetzt nochmal ein ganz übles Problem Denn wir haben Drei Majore Einen Käpt'n Ein paar Lutents Und ansonsten nur noch Rekruten Die sind auch schön noch alle lang krank Ja, müssen wir auf jeden Fall Die Maschinerie wieder anwerfen Y-Labor Macht sich Dini bereit Wir setzen hier mal den neuen Kollegen ein Hier packt man an den Gremlin rein Energie brauchen wir aktuell nicht Energie brauchen wir aktuell nicht Aber Lerium Kristall Nicht jetzt Also ja doch jetzt Aber Erst holen wir hier noch die drei Tage Auf Avenger berechnet neuen Kurs Strategische Ressource gefunden Okay So Jetzt hatten wir hier noch Wo war das andere Da waren die Lerium Kristalle Ranger berechnet neuen Kurs Das was wir aktuell am dringendsten brauchen Um endlich mit den Aliens standhalten zu können Um das Blatt eventuell nochmal zu wenden Das uns momentan ein wenig entgleitet So Wir haben eine neue Spezialistin Unsere gute alte Maniac Soldat anzeigen Ja schick Not Dann Brauchen wir auf jeden Fall Ein Heavy Neuen Oder einen zusätzlichen Und da würde ich sagen Ist der gute alte Jason Derjenige welche Aus Horrorfilmen Bestens bekannt Ein Tag Dann gibt es einen War Anzug Den hätten wir mal Äher brauchen können So Noch fünf Tage Dann gibt es hier noch ein bisschen was anderes Annehmen Und können jetzt Experimentelle Servowaffen Untersuchen Schauen wir ganz kurz mal in den Testbereich hinein Und ich glaube wir haben keine weiteren Projekte Müssen jetzt nur gucken Dass wir etwas wählen Was nicht unbedingt Weitere Ein Illyrium Kern Und 100 Vorräte Die 100 Vorräte haben wir Illyrium Kern haben wir auch Ich melde mich sobald wir fertig sind Kommander Da machen wir das soweit Neun Tage Und jetzt noch bitte Die Illyrium Geschichte So Jackie DeathAdderBlack Hat die Stasis erforscht Das ist gut Inspirieren Stasis Schild Wahnsinn Dann nehmen wir mal Wahnsinn Der schlechteren Zauber Meines Erachtens Aber Was soll's Und wieder zurück Drei Tage noch Ein Beutezug Nächste Mission wäre ein Beutezug Eieiei Ob ich das So gut heiße Es wäre dort Düben Wären 13 Feinde Andromedon ist dabei Sektopod ist dabei Und schwere Mechs Für den Moment Ignorieren wir das Ähm Ja Und Was da passiert Und wie das passiert Seht ihr dann im nächsten Let's Play Ich bitte vielmals um Entschuldigung Für dieses Bekackte Für diese Bekackte Mission Gucken einmal an die Ehrenwand Einmal direkt Zwei Leute zu Ehren Twist Twist 184 Tage für uns gedient 67 Tage davon Verwundet 64 Angriffe ausgeführt Und 876 Schaden gemacht 13 Angriffe überlebt Ja wir sind sprachlos Vortrauer Ich hoffe Anna verkraftet das Bestätigen Einmal raus Nur Neugierde halber Möchte ich mal gucken Ob das mehr Schaden war Als Zorro hatte Oh ja Mehr als Also Das gut Doppelte an Schaden Zorro hatte nur Die ganzen Kills Aber bei Twist Sind es halt die ganzen Vorbereitungen Und Explosionen Ja und last but not least Natürlich auch Der gute Philipp Null Tage Wo war denn der die ganze Zeit So Tage auf der Krankenstation 13 11 Angriffe ausgeführt Auch 252 respektable Schadenspunkte Und 4 Angriffe überlebt Ja Epitaph wird er sich sicherlich Selber vergeben Trauriglich Trauriglich Meinen Neugierde halber Gucken wir mal Beim Farmer Ob hier auch immer noch Null Tage steht Ja steht auch immer noch Null Tage Also irgendwas ist hier In der Anzeige Buggy Meines Erachtens War Kässe die länger Als Null Tage Bei uns In diesem Sinne Wünsche ich euch noch Einen schönen Restabend Bis dahin Ciao ciao Euer Ugrutz contemporames 17 27 27 28 29 30 31 31 31